Ich arbeite und kämpfe für die Umsetzung von Kinderrechten in Deutschland, für mehr Kinder- und Jugendlichenbeteiligung, für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen für Familien. Damit aber unsere Kinder und deren Kinder das auch wirklich noch erleben können, brauchen wir eine gesunde und intakte Umwelt. Die einzige Partei, die sich gleichermaßen für beides einsetzt, für Kinder und Jugendliche und Familien und eine gesunde, intakte Umwelt, ist Bündnis 90 die Grünen. Darum am 24. September Zweitstimme Grün. Darum Grün zur Bundestagswahl.